hallo ihr lieben und willkommen zur zwölften raunacht die nacht vom vierten auf den fünften januar um mitternacht beginnt es geht den ganzen fünften januar bis es wieder mitternacht ist eine zeit die für den monat dezember steht und eine zeit wo es darum geht räuchern und bereinigen dieser tag ja ist ein bisschen so auch revue passieren lassen wie passieren lassen von dingen die du dir anschauen solltest und da hat es auch mit unschuldigen kindern zu tun das gehört auch zu diesem tag denn einfach mal zu schauen was ist besonders gewesen was ist nicht so besonders gewesen und gerade die zwölf raunächte anzuschauen was ist dir aufgefallen in dieser zeit lass es revue passieren was war nicht so gut was hat dich belastet also du das alles bereinigen denn das was du am fünften januar bereinigt das hat dann auswirkungen auf die nächste nacht nämlich vom fünften auf den sechsten januar da wird es kein separates video mehr dazu geben denn diese nacht das ist ja um mitternacht quasi der abschluss der raunächte aber sie ist eine nacht der wunder sie gehen dann über in den drei königstag und je nachdem wie man das feiern möchte hat auch dieser tag etwas ganz besonderes diese nacht hat auch eben mehrere namen zum einen mal die drei königs nacht die nacht der wunder und in dieser nacht schließen sich ja dann auch so langsam die pforten also das ist so wirklich so ein abschluss der da stattfindet von den raunächten wow ihr seht eine ganze menge ich habe mir deswegen heute ein bisschen mehrere sachen überlegt für euch was wir uns hier anschauen eben für die letzte raunacht und dann die nacht der wunder was ist da so wichtig was ist für diesen abschluss der raunächte für euch wichtig das was wir uns heute hier anschauen ihr seht es schon wir haben karten wir haben verschiedene karten und ich möchte mit den karten hier unten beginnen denn die karten die ich für euch gezogen habe ihr müsst keine auswählen alle vier beziehungsweise fünf sind für euch wichtig die erste karte sagt es geht um stille seien sie einen augenblick lang still und spüren sie in atem lauschen sie der stille hier finden sie alle antworten und diese karte die passt dazu du sollst revue passieren lassen was war gut was war nicht so gut was hat dich beschäftigt was ist da alles zum vorschein gekommen bewahre die stille in dir das zweite was du bekommst das ist die intuition die intuition auf die sollen wir vertrauen lass mal revue passieren wann hast du in den letzten zwölf nächten den raunächten nicht auf deine intuition gehört lass das mal revue passieren für 2020 bereite dich bewusst darauf vor wie du 2021 eben deiner intuition vertrauen möchtest vielleicht möchtest du mit dir selber einen kleinen vertrag machen eine vereinbarung wie du deine intuition immer mehr vertrauen kannst denn oftmals merken wir es immer schneller und vielleicht ist das der anfang dass du dir selber sagst okay ich fange an es immer mehr zu spüren wann ich der intuition nicht gefolgt habe und das führt dich dann auf den weg genau dahin zu kommen eben immer mehr deiner intuition zu vertrauen die dritte karte die für dich gekommen ist das ist die karte der klarheit dein verstand der ist scharf der ist klar wie ein diamant sagt diese karte klarheit ist immer dann wichtig wenn es um deinen lebensweg geht die lebensaufgabe und diese klarheit das hat auch damit zu tun dass du für dich immer mehr erkennst wie wertvoll du bist dass du erkennst wie viel wert du bist dass du erkennst dass du besonders bist und das auch ausstrahlst wir hatten es im wochenorakel es geht mit der würde des menschen dass du dich selber im spiegel anschauen kannst auch das gehört hier dazu und ja es ist schön dass auch das jetzt hier in den botschaften noch mal dabei ist eigentlich wollte ich drei karten ziehen und dann hat sich aber noch eine vierte karte dazu selber geschubst die wollte unbedingt dabei sein und diese karte sagt es geht auch um scham ich bin nett zu mir selbst und zu anderen sagte diese karte und sie sagt noch viel viel mehr denn sie sagt auch das echte scham aus der liebe zum leben und zum aufrichtigen interesse an anderen menschen entsteht sei dir dessen bewusst scham ist immer etwas ganz besonderes überlege dir vielleicht auch mal wo ist 2020 dein scham untergegangen wo darf der 2021 zum strahlen zum blühen kommen schreibt das sind ein raunacht tagebuch und dann ja das wunderbare dinge geschehen vielleicht hast du auch teilgenommen und hast dir deine 13 wünsche aufgeschrieben am 5 januar ist ja dann der zwölfte wunsch dran und dann bleibt ein wunsch übrig du kannst ihm dir am fünften anschauen du kannst aber noch die nacht vom fünften auf den sechsten abwarten und dir dann erst am sechsten januar diesen letzten 13 wunsch das ist ja der einzigste den du dir anschaust weil den sollst du dir ja 2021 selber erfüllen vielleicht möchtest du den erst am sechsten januar öffnen ich hatte ja vorgeschlagen erinnere dich immer an den wunsch steck ihn am besten in deinem geldbeutel dann ist er ganz präsent bei dir dabei ich habe mir auch noch etwas besonderes für euch überlegt und das möchte ich hier jetzt verkündigen schon ein bisschen eher wie das wenn es dann offiziell kommt denn ich möchte mit euch wieder ein wunschritual machen und viele wissen ja da kommt das feuerritual das hatten wir im vergangenen jahr auch gemacht die wünsche ans universum ihr wo die videos regelmäßig schaut wisst es jetzt schon veröffentlicht wird es ein bisschen später und wir starten mit einem feuerritual ich habe extra gewartet auch das zu verkünden weil ich weiß die post war dieses jahr gerade zu weihnachten sehr beschäftigt da viel in der post unterwegs war ich weiß auch dass viele briefe verloren gegangen sind und deswegen habe ich gedacht ich warte jetzt bis so diese ganze weihnachts neujahr post durch ist bevor ich das verkünde damit eure wünsche dann auch tatsächlich hier ankommen können wer letztes jahr schon dabei war es wird ein feuerritual geben und ihr dürft post an mich schicken wie das ganze abläuft das seht ihr dann meinem schreiben und wir werden es am 22 januar durchführen das ist auch ein portal tag eine besondere energie und da kommt das feuerritual ich freue mich schon riesig drauf denn ich glaube das wird etwas ganz besonderes was habe ich noch mit euch heute vor eine ganze menge ihr seht noch eine fünfte karte auf die möchte ich auch noch kommen aber vorher möchte ich jetzt noch etwas anderes mit euch machen ich möchte mit euch eine klitzekleine meditationsreise machen und diese meditationsreise ist wirklich ganz klein die kannst du auch ganz schnell machen schließ dazu einfach deine augen folge meiner stimme und lass dich mal entführen atme dazu ein und atme aus atme ein und atme aus atme ein und atme aus atme ein und atme aus du triffst dich dort mit dem geist des alten jahres er wird dir zeigen was im letzten jahr nicht ganz gut gelaufen ist er wird dir zeigen was im alten jahr zurückgelassen werden soll lasse dir alles von ihm aufzeigen was heilung braucht und was losgelassen werden möchte bitte ihn um unterstützung dir all die punkte zu zeigen atme ein und atme aus atme ein und atme aus atme ein und atme aus der geist des alten jahres wird all diese themen in eine schriftrolle schreiben er schreibt alles auf wo er dich dran erinnert hat was gibt es noch zu vergeben gebe dem geist des alten jahres diese information was braucht noch einen segen was braucht einen abschluss auch diese information gebe sie an den geist des alten jahres lass den geist des alten jahres aufschreiben was du auf keinen fall mehr mit dir herumschleppen möchtest lass ihn aufschreiben was du aus den gegebenheiten und den vorkommnissen gelernt hast berichte ihm wozu hat dir diese sache gedient wozu hat dir die erkenntnis gedient berichte auch dies dem geist des alten jahres atme dabei ein und aus atme dabei ein und aus atme ein und atme aus bedanke dich beim geist des alten jahres dass er all diese themen aufgeschrieben hat bitte ihn diese schriftrolle mitzunehmen und verabschiede dich von ihm nutze dazu deine eigenen worte atme ein und atme aus atme ein und atme aus atme ein und atme aus für all die herausforderungen für all die erkenntnisse für alles was passiert ist bitte jetzt deine engel und deine geistführer um unterstützung damit du all diese themen loslassen kannst und jetzt platz für neues schaffen kannst atme ein und atme aus atme ein und atme aus der geist des alten jahres verbrennt jetzt deinen zettel er schüttet ein wenig weihrauch und ein wenig salbei mit ins feuer du darfst aus weiter ferne diesen flammen zugesehen atme ein und atme aus atme ein und atme aus fange nun an deine augen langsam wieder zu öffnen und ins hier und jetzt zurück zu kommen schüttel dich kurz so dass alles belastende von dir abfällt sei wieder ganz präsent im hier und jetzt willkommen back ja ihr lieben wow ihr seht schon wichtige dinge die sich zeigen dürfen die kommen dürfen und was da so alles passiert ich habe aber noch mehr für euch wir sind noch nicht ganz am ende denn das um was es noch weiter geht ja ist auch ein wichtiger bestandteil und da sehen wir ich habe noch eine karte für euch gezogen manche von euch kennen sie schon denn ihr wisst ja mit den maya sternen klöfen haben schon einige readings bei mir gebucht einige verfolgen vielleicht die readings für die maya welle und ich habe heute für uns für das revue passieren lassen für das neue das kommen darf auch eine maya sternen klöfe gezogen damit wir sehen was ist für uns jetzt alle hier ganz wichtig und von einer ganz besonderen bedeutung und ich kann euch sagen ja eine interessante maya sternen klöfe ist gekommen wir haben ok diese maya sternen klöfe mit der entsprechenden maya welle die im juni kommt zeigt es es geht um das magische kind es geht um deine träume es geht um energien und schwingungen es geht darum dass du dich immer mehr auf deine reise gibst dein ruf ist ertönt und es geht jetzt darum dass auch schicksalsgefährten bei dir in der nähe sind dich voranschieben dich vorwärts bringen vieles passiert hier denn gerade mit dieser welle da geht es um durchbruch es geht um neu anfänge es geht um beziehungen es geht eben um schicksalsgefährten es geht um emotionale körperliche probleme es geht um eine umgestaltung der vergangenheit es geht um eine spirituelle stärke all das ist ein entscheidender faktor also eine entwicklung für einen jeden von uns wow eine interessante thematik das heißt jetzt tatsächlich was ist hier alles für dich zu tun ich möchte dir da eine affirmation mit geben ich öffne mich neu anfängen ich empfange beschützer und führer das ist es was für uns alle jetzt ein wichtiger weg wird spannend ja ihr lieben nachdem ich auch diese maya stern glöwe gezogen habe habe ich mich oder für mich entschlossen und das ist ein geschenk von mir an euch alle die die jetzt hier an den raunächten teilgenommen und natürlich auch die die es dann lesen werden wenn wir dann durch sind mit den zwölf raunächten und dann noch die nacht der wunder hinter uns haben möchte ich einen tag lang das reading für die maya stern glöwe zu einem ganz besonderen spezialpreis specialpreis anbieten günstiger als sonst wir hatten letztes jahr schon mal so eine aktion und das möchte ich am sechsten januar tun auch das ich werde noch mal darauf hinweisen es wird dann am sechsten januar diesen spezialpreis geben wer dann möchte darf zuschlagen vor allem ihr wisst ja sechster januar mein letzter offizieller urlaubstag auszeit und dann geht es am siebten januar wieder los mit dem daily business bei mir ich freue mich schon riesig ich habe mich auch riesig gefreut über die zwölf raunächte ich habe ja lang mit mir ein bisschen gekämpft ob ich die videos mache oder nicht und ich bin jetzt wirklich super mega happy sie wirklich auch getan zu haben mit euch gearbeitet zu haben oder ihr andersrum mit mir wie auch immer es hat sehr viel freude bereitet und ich möchte mich auch bedanken für all dieses tolle feedback das ich von euch bekommen habe vielen 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 dank in diesem sinne möchte ich euch jetzt wirklich ganz viel licht und liebe aus meinem herzen schicken und in diesem sinne namaste